Hallo und herzlich willkommen zurück bei MTA auf einem ganz neuen Server wegen dem schönen Bande vom Kobold. So, jetzt hab ich's dir vorweggenommen. Ha! Den du wahrscheinlich... Ja, ja. Mail auf Name, mein Freund. Entschuldigung. Den du wahrscheinlich auch bald bekommst, denk ich mal. Denn wir wurden gebannt. Ja, Grund, ihr konntet das wahrscheinlich letztens schon lesen. 200 Stunden dafür, dass wir... Das wussten wir nicht. In einer No-Death-Match-Zone Leute abgeballert haben und getötet. Oder rumgeballert. Das war das Schlimme. Aber es hat sich gelohnt. Ja, hat Spaß gemacht. Und Admins im S-Mode abgeschossen haben, anscheinend. Keine Ahnung, was der S-Mode ist. Bestimmt irgendwas Unfaires. Weil wir konnten sie nicht abballern, aber sie uns. Ah ja. Und jetzt sind wir hier auf dem neuen Server. Hier kann man im Imoni auswählen. Das ist relativ geil. Real Life, Waze und Deathmatch. Sieht richtig stylisch aus. Und wir haben so gesagt, wir fangen einfach mal mit Waze an. Einfach mal... So, schon draufgeklickt. Nächste Strecke wird geladen. Warte auf Mitspieler. Und scheiße, Radio ist an. Ich muss Radio ausmachen. La 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 la. La 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 la. Okay. Und ich fliege in der Luft. das ist ja ich fahre schon auf strecken ja fährst du mit mir das ist ein bisschen komisch scheiße gemacht auf einmal auto ich kann durch den traktor durchfahren was geht hier ab alter ich kann fliegen doch nicht doch nicht ich brenne und ja ich bin dritter ja ich bin grad gespawnt und brenn sofort ja wo sind die strecken ist ja die strecken gar nicht hier so ein gelbes auto hinter mir ja ja wo lang okay denke mal hier hoch dann habe ich hier so ein repair oder kaputt macht den wo ich habe nitro also da kann man also nicht gehen ne ich fahr hier weiter alter ich habe den sprung nicht geschafft jetzt fahr ich gerade gar nicht selber sprung ich fahr gerade alleine ich fahr gerade alleine ich steuer kein auto mein auto fällt gerade hoch nach links aber ich finde den server auch cool ja ist cool aber ich verstehe es nicht und mein auto brennt auf einmal wieder oder bin ich das gar nicht ich gucke ich hier beim anderen zu oh ja ich habe bei enders zugeguckt guck mal mir zu wow geil ich kann das irgendwie ich habe das noch nie gemacht das ist ziemlich witzig also wir können mich ruhig helfen ich kann es einfach nicht ich verstehe auch einfach nicht was wir machen sollen aber es ist witzig ja ich verstehe aber die strecke nicht ah hier geht es hier geht es also runter okay und was jetzt geht sie gerade hoch ja ich sah so aus als wäre da eine wand hä also ich komme in die hier kann man rechts runter oder ne ne ich glaube hier da wo der eine man kann ineinander durchfahren hä hier ist ende jetzt hängen wir hier fest warte mal nein guck mal man muss hier hä ich bin schon wieder dritter hä guck mal man muss hier unten man muss hier unten ich kann mit dir nicht mehr nachgucken wo geht's ja ich gewinne immer ja ey das ist doch blöd du du schummelt auch wie du es aussahst geil geil und schon wieder diese komische einstrecke wie 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 doch wenn meine wand endlich weg ist ja ich denke auch ja Spring! Alter, Alter! Wie zu schnell! Alter, wie unfair! Brems, 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 Brems! Hörst du mir nicht zu? Ja, komm, ich hab eh gewonnen. Brems, 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 Brems! Ich glaube, der Server hat sich viel mehr Mühe gegeben. Ja, ich glaub's auch, aber irgendwie... Jo, ist okay. Guck mal, man kann ineinander fahren. Ja, auch nee. Müssen wir hier überhaupt hoch? Beide! Geil! Mach den Leertasten, dann kannst du nochmal fahren. Ach so, geil! Ja, danke. Wo müssen wir dann lang? Guck hier an der Seite. Wo bist du denn? Man sieht da die Namen nicht, das ist ein bisschen blöd. Der Wagen, der da an der Seite rumfährt. Aha. Jetzt bin ich in Fernus mit Nitro. Und jetzt bin ich tot. Boah, ich muss mal kurz was trinken. Mach. Bis gleich. Hm. So. Na ja, Runde, neues Glück. Hey, jetzt ist auf einmal Radio an. Lalalala, Radio. Liebe Gamer. Gamer, wir lieben euch. Alter, Alter, es geht nicht weg. Ich kann das Radio nicht ausmachen. Doch, doch, bis keine Schrift mehr da ist. Ach so, okay. Ne, aber... Hä? Ach, darum erst. Okay, okay. Ich höre es trotzdem im Hintergrund. Ich jetzt nicht mehr. Bei mir ist es wieder weggegangen. Merkewürdig. Alter, die Strecke ist ja richtig mies. Und hat es da runter gehauen, oder? Ja. 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 Was war das denn? Ich habe ein neues Auto bekommen, fahre da einfach runter. Ja, ich habe es gesehen. Wof ist dies? Die sind geil. Ich weiß schon. Richtig auftunen mit Nitro, dann läuft es. Hä? Wo wissen wir? Links, rechts geradeaus? Geradeaus? Ein bisschen mehr Streckenführung wäre mir lieb. Darum soll es ja gehen. Man muss rumfahren, dass man nicht stirbt. Fahr mir hinterher. Ich fahre in dir her. Hahaha. Sending. Weiter mal rein. Wow. Geil. Oh, da liegt einer tot. Und was kommt da vorne? Oh! Hä? Hä? Alter. Geil. 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 Ich habe gerade den richtigen Lauf. Pfff. Und was mache ich? Ich fahre gegen eine Wand. Ja. Ha! Du auch. Ey, ich bin da unten. Da kannst du dann richtig geil runterfahren. Hui. Ich fahre nochmal mit dem Caddy los. Ja, ich überlebe. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ha! Auch cool. Ähm. Kann man hin? Fangen wir auch rum. Oh, ja. Warten auf den Mitspieler. Ich finde den Server geil. Ja, ich auch oben gleiche Map. Wie findest du den Modus? Finde ich okay. Ich blick nur nicht ganz sicher. Ich kenne den Server schon. Ein bisschen. Aber mich interessiert Deathmatch. Das habe ich nur nie gemacht. Ich auch nicht. Der gleiche. Woah. Woah. Hast du kein Golffahrgefühl? Also echt. Jetzt werden wir es nicht. Nee. Voll nicht. Wuuu. 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 Ich fahre links runter. Ich bin dagegen, Alter. Huuu. Yeah. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich nicht mehr. Wuuu. 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 Aber richtig geil. Nee. Wer liegt denn da am Boden? Okay. Mit Leertaste kann ich nochmal. Yay. Ich fahre gerade auf dem Boden lang auf dem Sand hier. Wuuu. Auf Mitspieler. Hör. Geil. Wir schweben. Ich fahre eben in Fernus rum. Meinst du, hier kommt man durch? Ja. Scheint so. Woah. Oh. Alter. Geht das gerade ein bisschen? Ja. Und was müssen wir jetzt hier machen? Yay. Ins Wasser fallen? Ja. Nein. Alter. Mies. Sind wir gerade nur zu zweit? Ne. Ja. Ich glaube schon. Ja. Geil. Ich würde dich also gerne wegrammen. Aber es geht nicht. Darum geht es auch nicht. Hä? Oh. Wir hätten vielleicht in der Luft umdreht. Du kommst einfach früher auf als ich. Alter. Ja. Ich habe abgebremst. Jetzt müssen wir in verschiedene Richtungen. Auch gut. Tschüss. Ciao. Hau rein. Wir sehen uns morgen. Genau. Das ist aber schon geil gemacht. Also muss man sagen, diesen Server auch zu empfehlen. Hallo. Unser Server Test sagt geiler Server. Ja stimmt. Wir können eigentlich auch Server testen. Mhm. Vielleicht auch mal ein Dayset Server. Mhm. Oder Daysee halt. Dayset. Alter. Wow. Links. Links. Du musst links runter. Nein. Nein. Du Idiot. Ja. Ich habe gewonnen. Aber. Aber ich hatte jetzt so übelst den Lauf. Finde ich. Alter. Diese. Diese Ecke ist echt mies. Die schafft man nicht. Oh. Ja. Geil. Ich nicht. Wo lang? Hier lang? Vorne. Ah ne. Hier hinten. Muss man hoch. Wiew. Ok. Da oben kriegt man ein anderes Auto. Glaube ich. Wiew. Alter. Woran erinnert mich das? Ähm. Oh. Ähm. Reparierkorrech. Keine Ahnung. Ja. Ja. Das glaube ich dir. Dass du keine Ahnung hast. Was bekommt man dann für ein Auto? Oh. Sending. Ja. Ich habe das Repariergeräusch und das Auto sieht immer noch genauso kaputt aus. Es ist mies, dass sie hier so Strecken abgetrennt haben und man nicht überall durchkommt. Ich bin Infernus. Also ich habe übelst den Lauf gerade. Wow. Ich auch. Hä? Ich fahre zu langsam mit dem Sending. Guck mal mich an. Wow. Hey. Wie drehst du dich so geil? Mit W-A-S-D. Achso. Das geht. Okay. Hab ich dir vorhin erklärt. Aber egal. Das sah so geil aus. Ich habe keinen Fehler gemacht und dann. Hä. Camper. Hm. Alter. Gehen die Wegen nicht ab, Alter. Oh. Da oben drauf Infernus. Ja. Toll. Ich war erstmal daneben her. Kann es sein, dass ich das besser kann? Nee. Hä? Ja. Okay. Ich bin es auch gewohnt. Das ist nicht fair. Komm. Halt die Mucke. Hä? Dafür war ich auf real, real life viel besser. Du hast einfach mehr gesagt, du sucht die. Hä? Oh. Cool. Hä? 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 Machen wir einen kleinen Schnitt hier? Ja? Ist okay? Machen wir doch noch die Map. Ja. Okay. Ja. Und dann. Danach kommt wieder. Oh. Die Legs gerade ein bisschen. Alter ist die langsam. Warum hab ich so ein komisches Ding auf meinem? Hä? 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 Ja. Okay. Machen wir mal einen Cut an dieser Stelle. Ja. Also bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt. MTA. tay las pensar. Was?